Hi Leute und herzlich willkommen immer wieder zu diesem brand, 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 brand neuen Video hier auf meinem Kanal. Und zwar zum dritten Türchen vom Guardians of the Galaxy Adventskalender. Heute ist nämlich der 3. Dezember. Das heißt, wir öffnen das dritte Türchen. Ich bin gespannt, was drin ist. Ah, okay. Ich habe noch nicht so ganz erkannt, was das sein ist, was das sein soll. Irgendwie so eine... Keine Ahnung, werden wir ja sehen, wenn wir es aufgebaut haben. Ich habe das Gefühl, das wird irgendwie auch ein bisschen schwerer, das aufzubauen. Okay, wir brauchen zuerst dieses Teil. Dann einmal, ganz komisch, noch einmal dieses Teil hier oben. Okay. Alles klar. So, ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht, was das sein soll. Vielleicht werde ich es ja gleich auch besser erkennen, wenn ich es gebaut habe. Aber bis jetzt ist es alles ein bisschen merkwürdig. Und ich weiß nicht so ganz, was ich hier baue. Okay. Das hier hatten wir heute dran. Ja. Und ich weiß nicht, was das sein soll. Irgendwie so ein Roboter oder so. Ich kenne den jetzt auch nicht. Ich habe die Filme von Guardians of the Galaxy eigentlich geguckt. Aber ich kenne den nicht. Kann auch sein, dass irgendwas Neues ist mit dem neuen Film Guardians of the Galaxy Holiday Special. Aber... Also, auf jeden Fall diesen kleinen, süßen, fliegenden Roboter hatten wir heute drin. Und wir hatten... Gestern hatten wir diese beiden Geschenke. Einmal mit diesem Kassettenspieler. Und im ersten Türchen hatten wir Star-Lord. Heute hatten wir das hier. Morgen geht es dann weiter mit dem vierten Türchen. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. It's Brick Time! Untertitelung des ZDF für funk, 2017